Jungbrunnen Hier im größten Raum des Dormitoriums erwartet Sie ein Highlight unserer Ausstellung. Die Darstellung eines Jungbrunnens. 2007 wurden hier mehrere Schichten mittelalterlicher Wandmalereien entdeckt. Eine Malschicht aus der Zeit um 1470-80 zeigt den für ein Kloster ungewöhnlichen Jungbrunnen. Die Malerei an der Stirnseite des Raums gibt Angehörige verschiedener Stände wieder. Diese bewegen sich auf gewöhnliche und ungewöhnliche Weise zu dem im Zentrum befindlichen Jungbrunnen. Oben links erkennt man eine zinnenbewährte Burg. Aus deren Tor rollt ein von Pferden gezogener Wagen mit einem Königspaar. Eine Nonne trägt auf ihrem Rücken einen Korb, in dem ein Mönch sitzt. Und eine Frau wird in einer Sänfte herbeigetragen. Rechts sehen Sie Frauen, die von offenbar jungen Burschen in Schubkarren gefahren werden. Ein Wagen wird von einem Ziegenbock gezogen. Ebenso sind ein Wagen mit Frauen erkennbar, so wie ein Mann am Stock, der seine Frau gleichfalls in einem Korb auf seinem Rücken trägt. Ihr aller Ziel, der Jungbrunnen, ist ein hohes achteckiges Gebilde mit turmartigem Aufsatz. Darin sind Leitern angelehnt. Zahlreiche Menschen haben sich dort versammelt, um im Wasser des Brunnens wieder jung zu werden. Im Garten im Vordergrund tummeln sich bereits verjüngte, sich umarmende Liebespaare. Offenbar handelt es sich bei der Malerei um die Darstellung eines profanen Liebesgartens. Leider ist nicht bekannt, welche Funktion der Raum zur Entstehungszeit der Malerei hatte. Vielleicht war es ein Gästezimmer für herrschaftlichen Besuch. Neben dem Bild ist eine mit gotischen Minuskeln beschriebene Schrifttafel zu sehen. An den übrigen Wänden haben sich Reste einer barocken Dekorationsmalerei erhalten. Diese sind vermutlich im Rahmen der Umbauarbeiten ab 1705 entstanden. Vielen Dank.